Viparita Kurmasana ist die umgekehrte Schildkröte. Letztlich die Schildkröte, die du machst aus dem Schulterstand. Du kannst letztlich aus dem Pflug heraus die Knie etwas zur Seite geben und dann die Arme unter den Kniekehlen hindurchwinden, versuchen die Füße hinter den Kopf zu geben und dann kannst du entweder die Hände an den Füßen halten oder die Hände flach auf den Boden setzen. Dies ist Viparita Kurmasana, die umgekehrte Schildkröte, die eine gute Massage für die Bauchorgane, eine gute Dehnung des Nackens und eine schöne Hüftflexibilitätsübung beinhaltet.